Gehen wir noch mal tiefer ins Feld und beobachten. Interessant ist auf jeden Fall, dass wir es hier mit einer Gesellschaft zu tun haben, die sehr gern für sich zu sein scheint. Würdest du hierher ziehen? Kann ich jetzt noch nicht beantworten, weil so viel habe ich noch nicht gesehen. Du möchtest hier in Pöseldorf leben? Nein. Nein. Warum nicht? Ich weiß nicht, weil es nicht mein Platz ist. Es ist für die deutsche Leute, nicht für uns. Ich weiß nicht, dass ich nicht mehr Leute, die Menschen in Pöseldorf, Ich weiß nicht, dass sie nicht mehr wissen. Und ich weiß nicht mehr, dass sie nicht mehr wissen. Ich weiß nicht mehr.